CFM Tarifvertrag jetzt. TV Charité für alle. 1000 Euro Lohnunterschied für gleiche Arbeit. Nicht mit mir. Keine Zwei-Klassengesellschaft bei der CFM GmbH. Ein Krankenhaus, eine Belegschaft, ein Tarifvertrag. Gegen die sinnlosen Befristungen für eine planbare Zukunft. Kein Hartz IV trotz Vollzeit. Streiken ist geiler als Überstand. Es liegt an dir was zu ändern. Komm raus, streik mit! Du bist ein Sohn deiner Klasse, darauf kommt es an. Du bist ein Teil von der Masse, die was ändern kann.